Was ich hervorragend finde, ist, dass eine Firma, die auf technischem Niveau extrem innovativ ist, dass die auch in der Kommunikation so innovativ ist. Das hat ja der heutige Tag wieder gezeigt. Eine Firma kann heute nur überleben, wenn sie auch im Dialog ist mit den Kunden und mit den Kundinnen. Die BKK macht das vorbildlich vor. Sie lässt Kunden nehmen, sie macht transparent, was sie macht. Sie bringt Kunden miteinander ins Gespräch. Networking ist heute eines der ganz grossen Stichwörter, wenn es um Erfolg von Firmen geht. Und so sieht, dass die BKK mit dem Anlass etwas ganz Tolles gemacht hat.